Ja halli hallo und ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Part Minecraft Survival Games hier auf dem Vive Server auf Survival Games 6 von Team Variety Und ich bin nicht ganz alleine, ich hab hier den Kokos oder LP Kokos mit am Start Wir laufen gleich mal in die Mitte, du nimmst die linke und ich die rechte Kiste und dann können wir euch mehr erzählen So erstmal ganz schuld Oh ich hab schon, oh ja, ich hab leider ein bisschen verpasst Ich hab nämlich ganz schnell ich gedrückt und du hast ein Schwert Ja Das ist sehr, sehr schön schonmal Haben wir schonmal ein Schwert Aber einer hatte zwei Eisenrüstungszeile Schade, dass ich die nicht bekommen habe Dann wehst du das wegen der Aufnahme Wie bitte? Wehst du das Schwert wegen der Aufnahme Nö, nö, ist okay Äh ja, LP Kokos Oh, der hat eine Waffe Hilfe, Hilfe Hilfe, bitte, bitte, bitte Schaffst du's? Ich komme, ich komme, ich komme Oh, knapp Oh, 34 Punkte und aufpassen Der Typ da, der hat nichts Der hat, glaub ich, nichts Schnell killen, killen, killen Einfach rauf, 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 rauf Und ich hab grad ein Steinschwert, merke ich gerade Und du bist grad mitten da reingelaufen Ja Okay, gut Dann liegen noch Boots Dann geht man uns jetzt her Vielen Dank So, und dann laufe wir einfach mal hier weiter Wir hatten ja zwei Game 6 noch nicht auf meinem Kanal Und ich würde mein Satz-Zironder-Lessens ein bisschen runterstellen Hat keiner gesehen So, und dann gehen wir ganz kurz mal hier runter Ne altbekannte Route von mir Äh, das ist ne wirklich sehr schöne Route Und ich hab jetzt schon recht gute Rüstung Also immerhin zwei schöne Kettenrüstungsteile Das ist schon mal gar nicht mal so schlecht Und du läufst schon mal runter Hauptsache keiner geht unsere Route Auch wo das immer sehr viele machen So, runter Und zack Oh, da ist schon, unten ist schon jemanden Äh, jemand Nicht jemand denn Und der ist schon Warte, wo ist der denn? Kokosthipp, wo ist sie mir? Okay Ja, der stirbt Ja, der hat, äh, Eisen Leggings Die hab ich mir jetzt einfach mal weggesnackt hier Gesnackt Okay, äh, so Och, da war schon jemand dran, wie's aussieht Dann ist ja okay So, dann werde ich mal ganz kurz hier ein bisschen Brot essen Und dann gehen wir auf Schiff, würde ich sagen Ja, vorhin ist der Baumeister, der glaub ich viele Punkte oder so Ja, hier müssen wir nicht, nicht nur so wegen Punkten und so Ach, ich halte und hier nicht so wichtig, nein So, okay, schnell, Kiel, 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 Kiel und der ist Kommt schon, wir müssen jetzt killen Das hat, ist fast tot, in der Eisenrüstung So, und komm, komm, wir schätzen, so was Das ist fast tot Kann ich mich boosten, ne? Zufällig, ich probier's Der Faust oder so Der, oh, 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 oh Oh, der ist tot so und jetzt ganz kurz mal rüstung anziehen ich habe eisen eisenhose für dich ein bisschen rüstung jemand land ich habe auch ein steinschwert für dich so hier indem das steinschwert nimm das holzschwert mit zum brennen so dann hast du hier ein helm dort drüben geht ein gerade ein typ auf schiff schnell auf schiff weil da will gerade jemand versuchen glaube ich auf das schiff zu gehen wie es aussieht jetzt schnell mal darauf gehen so einfach mal schnell machen bis jetzt läuft die runde ganz gut muss man schon sagen so hier sagt er hinter dir hatten nicht besonders der da ist schon nie der ist nicht auf dem schiff drauf der ist aber nur von anderen seite der ist auf der anderen seite und kokos du gehst gerade den normalen eingang oder bist du das kokos ja ja da ich bin den normalen einkommen okay ich dachte schon das wäre jemand anderes natürlich nicht so schön gewesen und hier ist noch eine Kiste da hast du feile zufällig wenn okay denn wenn wir ganz kurz hier ans Ende des Schiffs gehen weil dort ist ja noch eine Spawnchest und wenn ich weiß was ein Spawnchest ist das sind Prozent dass der Inhalt drin der auch am Spawn ist wie ihr Name sagt Spawnchest um Achtung oder ist ein Typ und nicht jemand ja ich sehe ich sehe ich sehe ich der Kitzel den aber habe ich habe ich habe ich möchte ach es wurden die Sachen aus der Spawnchest genommen also die wichtigen Sachen wie es aussieht gut dann schauen wir mal ganz kurz hier oben hin das einfach mal so als Info während dessen zwei games kommen wahrscheinlich jetzt nicht mehr so oft okay es kam allgemein es war ein Nebenprojekt das kommt nie so oft aber es ist immer schwieriger aufzunehmen vor allem wenn Leute wissen wie viele Punkte man hat weil man zufällig mal was aus Versehen in den Chat geschrieben hat das versuche ich einzudämmen weil die dann wirklich mit der Hand oder sonst irgendwas nur auf einen rauf gehen ich habe ja mittlerweile 4500 Punkte fast oder so in dem Dreh es geht auf und ab mit den Punkten das ist immer ein auf und ab hier und hast du ein Hotschwert für mich? äh ja okay danke ähm und deswegen gehen die immer auf einen rauf und das nervt schon richtig und dann kann man kaum richtige Aufnahmen zustande bekommen immerhin geht es bis jetzt ja gerade deswegen boah also falls mal es nicht so oft kommt wie es überhaupt schon kommt dann nicht wundern so jetzt einfach mal jetzt hier nochmal das restliche Hähnchen rausholen wenn das gleich mal fertig gebrannt hat und wen es interessiert ich werde mal einen Link in die Videobeschreibung äh wie sagst du es rausgeholt das Hähnchen? äh ne jetzt brennt es nicht äh ne hast du das Hähnchen nicht gerade rausgeholt? das hast du oder? okay dann hast du es irgendwie rausgepackt jipp äh ich hab ne Angel fällt mir gerade auf ähm hast du auch ne Angel? äh ne ich muss mich mal grad für ein bisschen sortieren ich schau mal so ist hier noch was ne hier ist nichts so hast du Gold oder einen Apfel äh hast du einen Apfel vielleicht? äh nein okay so hier paar Sachen reintun die wir nicht brauchen und äh wen es interessiert ich werd mal einen Link von der Top 500 Rangliste äh in die Beschreibung packen ich hab ja damals als das Leaderboard ähm resettet wurde davor hab ich gesagt mein Ziel ist es in die Top 100 zu kommen und jetzt gibt es die Top 500 und in der bin ich auch drin also wen es interessiert kann ja mal dort vorbeischauen vielleicht ist diese Person also vielleicht seid ihr ja auch da drin müsst ihr einfach mal schauen ich bin da glaub ich auf Platz 200 irgendwas hab mich da bisschen hoch gesuchtet so und schauen wir einfach mal aufs nächste Schiff vorbei vielleicht sind da paar Leute und erzähl mal sonst auch was von deinem Kanal du hast ja noch nicht so viel erzählt ich hab hier das Wort teilweise ergriffen ähm ja also auf meinem Kanal gibt es einfach viel PvP und sonst ja ich denke ich werd auch bald Skyblock let's playen aber ich muss mal schauen also jetzt einfach nur PvP also Problem mein Will so war die Games in Zukunft ihr könnt gerne mal bei den guten Apkos vorbeischauen Link ist natürlich in der Videobeschreibung wie soll's auch anders sein und da drüben ist ein Typ der hat keine gute Rüstung deswegen ist er oh ich hab keine Angel fällt mir grad auf und ich hab grad ernsthaft mit der Angel geschlagen hast du ne Angel? äh ne ich geh von der anderen Seite also vom Land ich bin echt dumm ich hab mit der Angel ihn geschlagen ach man 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 das bringt natürlich nicht so viel es bringt ja nur ein halbes Herz wenn ich ihn so mit links klick schlage wenn ich mit rechts klick ihn angle dann bringt's gar nichts so warte ich angle dich sonst ey ja ich geh schnell an Land hast du gar keinen Helm? hab ich dir gar keinen gegeben? ich hatte nämlich noch Goldhelme aber der hat ja Eisenhelme also können wir gleich einen Eisenhelm nehmen wenn wir ihn gekillt haben und zack ins Wasser mit dir soll's ins Wasser gehen hab ich gesagt komm schon lauf 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 äh oh er versucht das Jump and Run hier ich denk mal wenn er jetzt fail dann ist er selber ach nein schade jetzt wenn er fail dann wäre er selber dran gewesen aber er hat nicht gefehlt äh du kannst mich nicht zufällig boosten oh da ist noch ein Typ so? ah ok äh ja 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 ok gut 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 Hilfe 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 allein schaffe ich das nicht? ja erstmal auf den anderen der ist tot und schaffst du den anderen? nicht so nein oh gut er hat mir 12 124 Punkte ne und er hat zwei Dias äh glaub ich ja ich hab zwei Dias schnell aufs Schiff ähm hast du äh hast du dir Eisenhelme genommen? ja lol und die haben extrem viele Punkte gegeben natürlich hab ich jetzt gesagt man soll nicht so auf die Punkte achten aber man schaut doch währenddessen auch mal auf die Punkte und macht so vielleicht bisschen Punktejagd und Pfeil hab ich auch also man geht auch teilweise mehr auf die Leute die mehr Punkte haben aber man sollte sie nicht von Anfang an anvisieren und sagen ich ver- äh verfolgt die hast du Reisen? äh ne leider nicht das ist auch wegen der Unterbrechung ist okay man sollte aber schon das Ziel haben vielleicht die auch mal killen mit mehreren Punkten weil darum geht's ja hier in 2Games auch ähm um Punkte also hier auf Hive und da kann man auch dieses Ziel haben aber man sollte halt nicht von Anfang an sie verfolgen das ist vielleicht nicht so der wahre Weg und ich hab ne Eisenhose wenn du keine hast ich hab schon eine sogar zwei so ich hab auch Sticks das heißt ich kann jetzt hier ein Diaschwert craften ja das läuft sehr sehr gut hier Diaschwert ich liebe diesen Map ja sowieso ich hab ja meinen Fazit zur Map noch gar nicht abgegeben und äh hier hast du ein bisschen Rüstung oder so Eisenhose hast du also wenn du irgendwas davon brauchst hol's dir raus so zack hast du Äpfel zufällig? äh nein okay ich hab ne Schüssel das heißt an Essen wird uns es auch nicht mangeln aber ich kann trotzdem ein bisschen was brennen für XP äh auch wenn es nicht viel gibt und es bringt definitiv Spaß diese Map sie ist nicht zu groß sie ist nicht zu klein und sie hat auch diese Spawnchests was ich sehr sehr äh so wirklich sehr toll finde dass man auch mal bessere Sachen kann halt äh kann haben kann als Steinschwerter mit einer hohen Wahrscheinlichkeit also Dias und Eisen findet man ja auch da drin äh dann hat's auch ein Schweinefleisch okay und sag mal was du so von der Map hältst deine Meinung äh ich auch ne gute Map äh wählen einfach viele die gleiche Route okay sei ich auch die beste Route ab sonst ja ich ne gute Map aber und wer äh was überhaupt deine Lieblings Map hier äh ja die und so war die Gels 4 ja das stimmt es war wie im 4 ist ja auch ne overvotete auch also übervotete Map gewesen ist es nicht mehr jetzt kommt er zuweilen 6 dran und ich hab ne Angel für dich wenn du keinen hast hast du eine? ähm ich hab mir Schuss oh ne ah es wär echt schön das hier zu verzaubern wenn du Tiere siehst sag mal bescheiden ich versuch aber währenddessen zu angeln ja da vorne ist ein Spieler okay ja okay der hat kaum was der ist leichte Beutig hol man nicht mein Diaschwert raus also zeig's mal lieber nicht so und dann werden wir ihn einfach mal killen es leben noch sieben Leute 3 Spieler oh 3 ja das sind alles Leute mit schlechter Rüstung die können wir eigentlich recht schnell killen und die laufen weg von dem 2. Team oh man ja also sie haben einfach schlechte Rüstung die sind sehr schnell tot und wenn sie wüssten dass ich ein Diaschwert habe dann killen äh dann laufen sie auch erst recht weg also mit Begründung oh da kommt dann einer von hinten so erster tot zweiter zweiter komm stirb 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 schaffst du's aua das bin ich lauf weg lauf weg ja ich hab ihn nicht gekillt ich hab ein Eisen von dem einen bekommen und tot und da ist auch schon Deathmatch schnell Eisenschwert machen ja ja stimmt nicht auf die Sachen gucken was da jetzt gekommen ist schnell Eisenschwert und da ist auch schon Deathmatch also die Runde läuft sehr sehr gut muss man sagen jetzt müssen wir nur ganz schnell laufen los 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 ich hab zwei Eisenbarren sogar das reicht für ein Eisenschwert und ein Eisenbarren für gar nichts so schnell laufen 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 und Sprint Sprint ja ne das schaffen wir das schaffen wir ich hatte schon mal sowas knapperes und hab's äh hatte 20 Sekunden und bin von anderen Richtungen gekommen aber war noch gar nicht auf dem Schiff ich bin ja jetzt schon fast auf dem Schiff und hab's trotzdem geschafft also das wird gechillt können wir uns Ruhe lassen äh Zeit lassen meine ich äh lauf mal oben hin ich kann ja selber ein Eisenschwert craften weil ich hab ja zwei Eisenbarren ja ich bin unten das wär knapp ja äh komm einfach zu mir wir haben Zeit wir haben sie ja ne so komm her jetzt musst du doch dich ein bisschen beeilen und jetzt haben wir es gut dann können wir gleich loslegen gleich hier fast mit einer vollen okay nicht unbedingt voller Eisenrüstung aber die haben echt schlechte Sachen also man sieht echt hier der steht afkar rum der andere hat kaum Rüstung also der ist tot okay gut dann kommt erstmal der nächste komm den killen wir uns auch äh den killen wir auch mal ganz schnell stopp mal stopp mal nicht killen mit der Angel okay ich wollte mit der Angel runterschlagen gut faires Deathmatch würde ich sagen und das ging alles sehr sehr schnell relativ schnell weil die Map dauert eigentlich länger äh wie viel Rüstungspunkt hast du ähm echteinhalb sechseinhalb das ich habe auch sechseinhalb perfekt ja bekommst du den Keks oh danke 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 den brauch ich definitiv äh mit Steinschwert äh ja Steinschwert sowieso ähm Bogen nicht mit Angel auch nicht einfach nur mit Steinschwert würde ich sagen okay gut dann 3 2 1 go einfach jetzt hier einfach 1&1 wer hier den One-Hit landet äh den First-Hit landet ist eigentlich das ist eigentlich immer wichtig den First-Hit hier zu landen und schnell komm schon komm schon um ihn herumlaufen Kombo 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 oh oh da haben wir ihn fast da haben wir ihn fast da ist er fast tot da ist er fast tot einfach nur jetzt oh und und nein ja 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 und da haben wir ihn 21 Punkte zum Abschluss nochmal gewonnen eine schöne Runde ihr könnt mal eure Meinung zu 2 games 5 in die Kommentare äh 6 meine ich in die Kommentare schreiben schaut doch mal gerne beim LP Kokos vorbei und jetzt nochmal die letzten Worte von Kokos und äh ja danke fürs Zuschauen ähm gebt einen Daumen hoch an Presence Video und ja dann würde ich sagen danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal und Feedback reicht wir brauchen nicht unbedingt hier ich bin ja nicht like geil ne aber hier nochmal wer ist wen es interessiert das sind meine Punkte das sind meine Victories ich habe ja sehr viele Punkte in dieser Runde gemacht durch die ganzen Kills ne dann sehen wir uns im nächsten Video entweder 2 games Pokémon Trouble in Mineville oder Minecraft Community Server wir sehen uns dann beim nächsten Mal bis dann und ciao bis zum nächsten Mal